Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllte, spricht er, mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isoppen und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, Es ist vollbracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020